jetzt passt jetzt passt super darf ich wieder fünf vier stunden rausschneiden weil du nicht in die pötte kommst jetzt habe ich halt 5000 bar hinten drin jetzt werde ich absolut schnell sein jetzt geht's go ist so langsam auf diesem trail wie habe ich das jetzt gerettet alter jetzt viel zu weit okay der ist ja einfach der ist ja wirklich leicht